Guten Abend. Ich hatte nicht erwartet, mich in einem solchen Rahmen wiederzufinden. Das ist so ein bisschen wie schon vor Weihnachten, insbesondere wenn ich an meine Kinder denke. Die werden morgen sehr verärgert sein, wenn sie hören, dass ich sie heute nicht mitgenommen habe. Aber wir wollen jetzt nicht über Weihnachten sprechen, jetzt jedenfalls noch nicht. Ich habe ein Wahnsinns-Echo hier vorne. Das ist sehr schwierig, hier vorne zu sprechen. Wir wollen nicht schon über Weihnachten sprechen, aber auch der Januar kommt schon sehr schnell, wie Sie alle wissen. Und ich denke, einige oder die meisten von Ihnen überlegen sicherlich schon, welche Art von Detox Sie möglicherweise machen wollen im Januar, im ersten Monat des neuen Jahres, also vielleicht kein Alkohol, nach einer Woche mit Familien feiern. Und dann gibt es noch Silvester, vielleicht dann kein Komaglotzen von Fernseeserien, die im Prinzip ja alle dasselbe Prinzip verfolgen. Mit jeder Folge wird alles immer nur noch schlimmer, als ob Nachrichten lesen oder schauen nicht schon genug wäre. Also vielleicht kein Doomscrolling, kein zwanghaftes Konsumieren negativer Meldungen mehr auf dem Handy, sich bei der Nutzung von Smartphones disziplinieren, sich vielleicht zeitlich einzuschränken während eines Tages. Digital Detox. Also ich habe das schon sehr oft gehört, aber ich habe selten gesehen, ganz zu schweigen, dass ich es selbst getan habe. Und das wird sich dann in der Fastenzeit vor Ostern wiederholen, also zumindest wenn man ein Christ ist oder eine Christin oder umgeben ist von der christlich geprägten Kultur, wie die meisten von uns, denke ich. Ich denke, wir können ganz sicher sagen, dass die meisten ein schlechtes Gewissen über ihre Smartphone-Nutzung haben und viele überwältigt sind. So ein bisschen wie Touristen, die sich in einer großen Innenstadtbezirk wiederfinden in den 1980s, bevor sie alle so hübsch gentrifiziert wurden. Denken Sie nur an New York City oder wie Grandmaster Flash and the Furious Five es in ihrer Mutter aller Hip-Hop-Lieder schon gerappt haben. Im Jahr 1982. Zu viel, zu viele Leute, zu viel. Ich werde da ein bisschen davon wiedergeben, ich bin kein Rapper, aber nur um Ihnen ein Bild davon zu geben, was Grandmaster Flash and the Furious Five schon gesungen haben. Ich habe eine schlechte Gewohnheit und ich kann sie nicht aufgeben. Meine Gedanken drehen sich darum und ich kann es nicht abschütteln. Ich brauche etwas Zeit, ich brauche Raum, ich brauche Abstand von der menschlichen Rasse. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie zu viel Smartphone nutzen und wenn Sie denken, dass das Smartphone Sie entfremdet von anderen Menschen, dann sind Sie hier heute Abend richtig. Nicht, weil Sie darin bestärkt werden, in diesem Gefühl. Ich denke, unser Gast wird das Ganze etwas in Ihrer Reue etwas erleichtern. Er wird eine positivere Sicht vortragen zur Digitaltechnik, positiver als das, was wir in dieser Serie hier bisher gewohnt sind. Diese Serie gibt es jetzt seit sechs Jahren. Und wie passend, dass wir uns hier im Naturkundemuseum befinden, denn hier erfahren wir auch, dass Smartphones Teil des Menschseins sind. Vielleicht könnte ich sagen, vielleicht werden sie sogar Teil der Natur oder unserer zweiten Natur. Das darüber wäre dann noch zu besprechen. Also herzlich willkommen zu dieser dritten und letzten Veranstaltung von Making Sense of the Digital Society in diesem Jahr. Wir haben einige Gäste, die schon seit längerer Zeit kommen. Das ist eine gemeinsame Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Nach dem Vortrag, der jetzt gleich beginnt, wird es auch noch eine Diskussion hier auf der Bühne geben zwischen mir und dem Gast. Das dauert vielleicht 15 bis 20 Minuten. Es gibt dann zwei Mikrofone hier im Publikum. Ich denke, ein Mikrofon ist da hinten. Das ist also ziemlich weit entfernt. Und dann gibt es auch noch das digitale Teilnahme-Instrument, nämlich Slido. Und das können unsere Zuhörer vor Ort zu Hause sehen. Das Ganze wird im Livestream, auf der Webseite und auch über AlexTV Berlin gesendet. Also herzlich willkommen auch zu Hause oder wo auch immer Sie sind. Und natürlich möchte ich unseren Gast aus England herzlich begrüßen. Er ist ein Anthropologe am Union University College in London, wo er das digitale Anthropologie-Programm gegründet hat. Er hat untersucht, welche Verhältnisse wir entwickeln zu Dingen, Autos, Bekleidung, allen möglichen Geräten und natürlich auch zu Smartphones. In den letzten 20 Jahren war er Vorreiter bei der Erstellung von digitalen, bei der digitalen Anthropologie. Und als Anthropologie hörte man den Menschen zu, was sie sagen, überhaupt über das, was sie tun. Zum Beispiel schlechtes Gewissen haben, wenn sie das Smartphone nutzen. Und er untersuchte außerdem, was die Leute tun. Das ist ein entscheidender Unterschied. Meistens hört man nur, was Leute ganz in einer kurzen Zeit sagen und dann Fragen beantworten, die wir nicht kennen und die uns auch im Prinzip egal sind. Unser Redner heute Abend, er ist Mitglied der British Academy, ist bekannt für viele Forschungsprojekte in der ganzen Welt. Darüber, wie Menschen verschiedenes Alters und verschiedener kultureller Hintergründe mit Smartphones interagieren. Darüber wird er Ihnen gleich selbst berichten. Aber ganz kurz möchte ich erwähnen, wie wunderbar zugänglich seine Studien sind. Man kann all die Bände seiner Forschung gratis in einem Open Access Format bekommen. Also wenn Sie das Kleingedruckte lesen, das schrieb er mir in einer E-Mail letzte Woche. Und um dieses Kleingedruckte zu lesen, musste ich meine andere Brille aufsetzen. Und dann sah ich das und so konnte ich auch seine Bücher herunterladen. Wenn Sie die Zusammenfassung dieser Studien lesen möchten, dann sollten Sie vielleicht mit dem Buch The Global Smartphone anfangen. Ein Buch aus dem Jahr 2021 von der UCL Press. Und er hat auch geschrieben über Gesundheitsprobleme, wie zum Beispiel The Comfort of People aus dem Jahr 2017. Das ist die Studie über soziale Beziehungen und die Kommunikation von Hospizpatienten in Großbritannien. Und ganz frisch aus der Druckerpresse wieder Open Access, also frei verfüglich auf dem Internet. Er hat ein Buch mit dem Titel The Good Enough Life. Ein Buch, das philosophische Fragen über das gute Leben verbindet mit ethnografischer Forschung in einer kleinen irischen Stadt. Und ich werde, der Name des Ortes ist Kuren. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht falsch ausgesprochen habe. Und das Buch heißt, dieser Ort Kuren heißt übersetzt kleiner Hafen. Und er hat 40 Bücher geschrieben in den letzten Jahrzehnten. Und hier ist er in Fleisch und Brut. Und wir werden seinen Vortrag hören. The Global Evolution of Smart Technologies. Die globale Evolution von smarten Technologien. Herzlich willkommen, Daniel Müller. Ja, vielen Dank. Und ich freue mich riesig, dass ich hier sein kann. In diesem fantastischen Rahmen hier, das ist ein Museum, aber ich werde das Schwergewicht nicht so sehr auf die Vergangenheit legen, sondern auch nicht auf die Zukunft, sondern wir sprechen wirklich tatsächlich über die Gegenwart. Und über ein Gerät, das außergewöhnlich ist, das ist global und allgegenwärtig, nämlich das Smartphone. Und wir kennen es ja alles. Und meine Hauptfrage heute Abend ist, wer hat das Smart in das Smartphone gepackt? Und es gibt eine Art von Analogie bei der Evolution, da die weltweite Entwicklung des Smartphones ein wenig ablief, wie die Anpassung der Arten an den lokalen kulturellen Umfeld. Und ich glaube, Smartphones und Darwins Finken haben einiges gemein. Es geht hier um die zehn Jahre anthropologischer Forschung über die Nutzung und die Folgen der sozialen Medien und des Smartphones. Ich spreche über den außerordentlichen Beitrag, der gemacht worden ist von Ihnen, nämlich von den Nutzern dieser Plattformen und Geräte. Ein Beitrag, der selten wirklich angemessen anerkannt wird. Also meistens werde ich argumentieren, dass Sie es sind, die das Smartphone smart gemacht haben. Aber wir sind ja jetzt hier auch in Berlin. Und ich kann wirklich der Versuchung nicht widerstehen, diesen Vortrag zu beginnen und zu enden mit einer anderen Art von Beobachtungen. Letzte Woche habe ich das Buch veröffentlicht mit dem Titel The Good Enough Life. Und einen großen Teil dieses Buches geht es um die Debatte zwischen Anthropologie und der westlichen Philosophie. Vieles dieser westlichen Philosophie kommt aus Deutschland. Und ich möchte behaupten, dass ein Grund, weshalb wir dazu neigen, unseren eigenen Beitrag zum Smart im Smartphone zu reduzieren und zu negieren, tatsächlich in der modernen Philosophie liegt. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich ungewöhnlich ist, Überlegungen über, dass es nicht ungewöhnlich ist, Überlegungen zur modernen Philosophie mit Immanuel Kant zu beginnen. Obwohl sein bekanntes Werk, Kritik der reinen Vernunft, ist, und ich glaube, es ist auch ziemlich nicht ungewöhnlich zu behaupten, dass Kant bemüht war, die Vorteile der Aufklärungsphilosophie und beginnenden Wissenschaften nicht umzustoßen und die Grundfesten der moralischen Prinzipien beizubehalten. Und das liegt eben daran, dass wir das mit dem Menschsein verbinden. Nach der Zeit von Kant nahm der Aufstieg der Wissenschaft und Technik zu, und die späteren Philosophen waren noch ängstlicher vor den Folgen der technischen Entwicklung. Zum Beispiel Adorno und Heidegger schienen sich einander nicht sehr zugetan zu sein, aber sie hatten trotzdem eine sehr ähnliche pessimistische Sicht und verurteilten die technologische Entwicklung. Wenn man Adorno und Horkheimers Werk Dialektik der Aufklärung liest, dann ist das ziemlich schockierend. Es ist ein ziemlich elitistisches Werk und geht davon aus, dass die Bevölkerung wirklich keine Fähigkeit haben, dem technokapitalistischen Strukturen Widerstand zu leisten, die eine Maskenkultur, so würde sie Brot und Spiele schaffen. Und Sie können sich vorstellen, wie Adorno und Horkheimer auf TikTok reagiert hätten. Das mag man sich gar nicht vorstellen. Es ist noch schwieriger, sich mit Heideggers Vorstellungen hineinzudenken. Seine Schriften sind etwas undurchsichtig. Und das Konzept des Designs schien getrieben zu sein von dem Wunsch, dass man etwas Grundlegendes zu finden, das unbefleckt ist von der Versachlichung. Und da wird sein fundamentaler Konservatismus noch deutlicher. Und Heidegger wäre sicherlich auch kein Fan von TikTok. Anders ausgedrückt, ein großer Teil der modernen Philosophie ist konservativ, nostalgisch und oft sehr elitistisch im Ton und schaut verächtlich herunter auf unsere Fähigkeiten, fertig zu werden mit Entwicklungen in der Technik und in der Wissenschaft. Das ist in dem Maße wichtig, wie Philosophie wichtig ist, wie sie den Rahmen setzt für wissenschaftliche Arbeit in den Sozialwissenschaften und in den Wissenschaften. Und wie sie ganz allgemein gesprochen den vorherrschenden Diskurs bestimmt, der dazu tendiert, davon auszugehen, dass Entwicklungen Medien und Technologie zu einem Niedergang der Menschheit führen. Zum Abschluss dieses Vortrags werde ich auf die Philosophie zurückkommen, um gründlicher darüber nachzudenken, was meine Diskussion zum Smartphone dazu aussagt, was wir darunter verstehen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Beweise für die Vorstellung, dass Philosophie den vorherrschenden Rahmen des Diskurses bestimmt hat, kommt auch sonst aus einer erstaunlichen Erkenntnis von meinen zehn Jahren Forschung. In den ersten fünf Jahren meiner Forschung hatte ich ein Team von Anthropologen, die die Folgen und die Nutzung der sozialen Medien studierte und es war bekannt unter dem Titel Why We Post. Und im zweiten Fünfjahresprojekt, das hieß ASSA, das war die Anthropologie der Smartphones und des smarten Alterns. In fast jeder Gegend, in der wir gearbeitet haben, haben wir eine außergewöhnliche Diskrepanz gefunden zwischen dem, was die Menschen über Smartphones sagten, und dem, was sie mit den Smartphones tatsächlich machten. Wenn man also jemanden über Smartphones fragt, dann ist die Antwort fast unweigerlich negativ. Sie sagen, dass Smartphones süchtig machen, dass man auch tatsächlich eine Detox-Zeit Weihnachten oder sonst wie brauchen, dass wir eine Zeit brauchen, wo wir ohne Smartphones auskommen, sind in der Ansicht, dass Smartphones unsere kognitiven Kapazitäten ändern, dass wir unsere Aufmerksamkeitsspanne reduzieren. Sie reden über Filterblasen, Fake News und andere Arten und Weisen, wie sie glauben, dass Smartphones unsere politische Debatte gefährden. Es scheint, dass Menschen wie wir unterschiedliche Versionen dieser grundlegenden philosophischen Sorge entwickelt haben, nämlich, dass neue Technologien in einer Art von Niedergang der Menschheit münden. Zum Beispiel, Menschen wenden sich jetzt den Bildschirm zu und nicht mehr den Menschen, so heißt es. Das wäre ein Beispiel dafür, was man verstehen könnte, den Begriff der Versachlichung. Und dennoch ist es so, wenn man sich von dem wegwendet, was Menschen sagen, was sie machen, zu dem, was sie tatsächlich tun, dann findet man tatsächlich mehr oder weniger das gegenteilige Gefühl. Das ist, unsere Studien sind deswegen ungewöhnlich, weil sie sich nicht vorwiegend mit Sprache befassen. Unser Hauptbeweis ist nicht, was Menschen in Interviews sagen oder in Umfragen sagen. Alle Forscher in meinen Teams lebten innerhalb der Gemeinschaften in unterschiedlichen Orten der Welt, jeweils für 16 Monate, wo sie sich konzentrieren konnten auf ihre Beobachtung. Sie sahen, was die Menschen machten. Und wenn wir Interviews durchgeführt haben, dann haben wir nicht nur gefragt über Smartphones im Allgemeinen, sondern wir haben uns jede einzelne App auf den Smartphones angeschaut, um zu erfahren, wie sie genutzt wurden und warum. Statt über Smartphones zu reden, haben wir am Ende darüber geredet, welche Ereignisse in ihrem Leben waren oder die Zwecke, für die sie die Smartphones nutzen. Zum Beispiel Gesundheit. Wie Menschen Symptome oder Nebenwirkungen nachschlagten. Also, soweit sowas passiert, dann guckt man ja auf Google nach, wenn man sich Sorgen macht. Oder vielleicht folgt man auch physiotherapeutischen Übungen auf YouTube. Und wer versucht nicht, seine Fitness durch die 10.000 Schritte zu verbessern? Oder man findet Informationen über Krankenversicherungen, über Arzneirezepte und es gibt viele andere Möglichkeiten, wie man diese Smartphone-Apps nutzen kann. Das heißt, das Smartphone ist ganz nützlich im Zusammenhang mit Gesundheit. Oder die Menschen beschreiben, wie sie in den Urlaub fahren und wie das durch die Linse des Smartphones passiert. Zunächst geht man auf TripAdvisor, um ein Hotel auszuwählen, das 1.000 Beurteilungen hat. Dann bucht man das Hotel und die Flüge über das Handy. Und dann nutzen sie Duolingo, um die Sprache zu lernen. Oder einen QR-Code als Boardingpass für das Flugzeug. Und wenn sie ankommen, dann suchen sie Google Maps, um das Museum zu finden. Und wenn sie dann trotzdem in den Straßen sich verirren, dann nutzen sie wahrscheinlich Google Translate, um jemanden zu fragen, wo dieses Museum sich befindet. Das passiert mir zum Beispiel sehr oft. Und hier an dieser Stelle ist es doch eigentlich so, dass der Gedanke eines Detox vom Smartphone, nämlich diese ganzen Apps nicht zu nutzen, die das Leben doch eigentlich einfacher und schneller machen, da klingt doch eine solche Vorstellung von einem Detox doch etwas merkwürdig. Wie lässt sich erklären, dass dieselben Leute, die so negativ über das Smartphone im Allgemeinen reden, doch so positiv darüber reden, was sie eigentlich mit Smartphones machen, nämlich im Zusammenhang mit Gesundheit, Urlaub und hunderten anderer Dinge. Jetzt kann man vielleicht sehen, warum ich mit der Philosophie angefangen habe. Ich glaube wirklich, dass es einen vorherrschenden negativen Diskurs gibt, der daher stammt von, wie mächtige Kräfte wie Philosophen, Intellektuelle und die Medien uns lehren, was man sagen kann und darf und was man nicht sagen darf, was nicht akzeptabel ist. Und ich glaube, das gilt zum Beispiel auch zu Vortragsreihen wie diese hier, wo man sicherlich die negativen Ideen zuerst bekommt, zum Beispiel zu Boffs Überwachungskapitalismus. Das wäre typisch für das, was vorherrscht in akademischen Schriften. Und die unnachgiebige Kritik, dass die digitalen Technologien zu einem Niedergang der Menschheit führen. Natürlich ist es wichtig, was sie sagen, aber das geht in der Regel immer nur darum, was Druck auf die Menschen ausgeübt. Und wir brauchen ein bisschen ein Gleichgewicht, wenn wir über die Menschen selbst sprechen. Dann müssen wir das ein bisschen ausbalancieren. Wir als Anthropologen nennen das, was Menschen sagen, einen Diskurs. Es ist also nicht die Beschreibung dessen, was sie tun, sondern mehr eine morale Legitimation. Wir Menschen sagen, was sie denken, was sie gegenüber hören möchte. Und wir sind dabei und beobachten die Menschen, wenn sie sich mit Gesundheitsfragen und Urlauben befassen. In den letzten zehn Jahren haben wir schon 20 Bände veröffentlicht. Das sehen Sie dort auf dem Bild. Das sind fast 4000 Seiten Beweis. Und wir arbeiten in der ganzen Welt. Diese Projekte schließen Ethnografien aus China, Indien, Afrika, Lateinamerika und Europa ein, sodass wir diese ganzen Kontexte auch vergleichen können. Uns kommt sogar der Begriff Smartphone verdächtig vor. Das Wort legt doch nahe, dass es zum einen ein Telefon ist und zum anderen, dass es smart ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die jungen Leute das Gerät kaum nutzen zum Telefonieren. Und das Akronym SMART steht für Geräte, die in der Lage sind, daraus zu lernen, wie sie genutzt werden. Ja, möglicherweise können Smartphones vorhersagen, was man als nächstes machen möchte. Aber eigentlich erweist sie das als ein weniger wichtiges Merkmal, wenn wir uns anschauen, was wir sonst mit dem Smartphone so machen. 2021 haben wir das Buch veröffentlicht, das heißt The Global Smartphone. Man kann es auch gratis herunterlagen in verschiedenen Sprachen. Das Buch denkt radikal das neu, was ein Smartphone ist. Wir nennen es das Transportal Home, das Transportale Heim. Das heißt, das bedeutet, dass das Smartphone zunächst mal und vor allem ein Ort ist, in dem wir jetzt leben. Ja, es ist ein bisschen anders als ein Haus aus Stein und Zement, aber ansonsten gibt es Analogien. Natürlich ist es oft die beste Adresse, unter der Menschen uns kontaktieren können. Wir sind meistens dort zu Hause in unserem Transportalen Heim. Es ist dort, wo wir unsere Forschung machen, wo wir arbeiten, wo wir Filme gucken, wo wir Unterhaltung suchen, wie Fußballspiele. Das ist da, wo wir uns organisieren mit Kalendern und anderem. Das ist der Ort, wo wir einkaufen, wo wir Bankgeschäfte durchführen, ohne das Haus zu verlassen. Es ist ein transportales Heim, denn es ist so einfach, es als Portal zum transportalen Heim einer anderen Person zu nutzen und Zeit gemeinsam im Gespräch zu verbringen oder Aktivitäten gemeinsam zu unternehmen, ohne dass man den Bus nehmen muss oder dorthin fahren muss. Das ist also eine von vielen Entdeckungen, von denen wir glauben, dass sie unser Verständnis davon ändern sollen, was dieses Ding überhaupt ist. Wir sind der Ansicht, dass das Smartphone unsere Beziehung zu der Welt um uns herum ändert durch eine Eigenschaft, die wir ständigen Opportunismus nennen, also ständige Gelegenheitsbietung. Das stammt daher, dass dieses Gerät immer mit uns dabei ist. Also diese Kamera zum Beispiel ist etwas, was wir bei jeder Gelegenheit nutzen können, zum Beispiel, wenn unser Baby das erste Mal lächelt oder wenn wir eine Werbung für ein Konzert weiterreichen, ein Konzert, das wir vielleicht ansehen möchten oder anhören möchten oder wenn wir etwas Merkwürdiges sehen, was wir vielleicht auf Instagram stellen möchten. Gleichzeitig bietet es auch ständig Gelegenheiten, die wir mit anderen, und wir können diese Bilder dazu mit anderen teilen, mit jedem, von dem wir der Ansicht sind, dass wir vielleicht das erste Lächeln unseres Babys sehen möchten oder vielleicht diese Werbung für dieses Konzert. Ein weiteres Beispiel wäre der Begriff jenseits von Anthropomorphismus. Das Smartphone ist nicht anthropomorphisch, es hat keine Arme oder Beine und sieht auch nicht aus wie ein Mensch. Aber es ist weit besser als jede andere Technologie zuvor darin, uns wiederzuspielen, einschließlich unserer individuellen Persönlichkeit. Wenn ich mir das Smartphone von jemandem ansehe, dann könnte ich von dem minimalistischen Ansatz, wie er es verwendet, daraus schließen, zum Beispiel so wenig Apps wie möglich, dass das ein Ausdruck herkömmlicher Maskulinität, Männlichkeit ist oder wie es gibt auch das Smartphone, gibt auch Ausschluss darüber, wie jemand ein Selbstbild von sich entwirft als eine beflissene, professionalistische, professionelle Person, indem sie alle Möglichkeiten wie Kalender, Notes und Websites nutzt. In diesem Fall war es Ausdruck einer Person, die den Eindruck hatte, dass an ihrem Arbeitsplatz nicht erkannt wurde, wie professionell sie tatsächlich war. So hat sie dieses Bild von sich in ihrem Phone selbst geschaffen. Auch das muss nicht individuell sein. Smartphones spiegeln auch die Beziehung älterer Paare wieder, bei denen es egal ist, wer die Banking-App hat, weil jeder das Handy von jemandem anders, von dem anderen Partner nutzt. Oder man sieht auch, dass der Enkel das Handy ausleiht für Spiele. Wie passierte das alles? Mein Sohn ist ein Software-Ingenieur und ich möchte jetzt nicht schlecht reden über dieses Handwerk, das sie die Technologie erzeugt haben. Wir haben uns wirklich absolute magische Momente gegeben. Sie erinnern sich vielleicht an das erste Mal, dass sie ein iPhone in der Hand hatten oder das erste Mal, dass sie Chat-GPT genutzt haben. Das war fantastisch. Und wir haben gerätselt, wie das wohl passieren konnte. Aber das wirkliche Geschenk von den Software-Ingenieuren wie meinem Sohn war eine bestimmte Bescheidenheit. Sie haben etwas gebaut, was völlig neu ist in der Art und Weise, wie es geändert und angeeignet werden kann durch den Nutzer selbst, statt dass es den Nutzer kontrolliert als Technik. Ich möchte jetzt hier nicht die problematischen Folgen von Smartphones und seiner Fähigkeiten negieren, seiner Fähigkeit zum Überwachungskapitalismus. Das möchte ich alles nicht verleugnen. Aber ich möchte doch behaupten, dass im Gegensatz zu Boff, dass die Art und Weise, wie der Verbraucher die Technik manipuliert, folgenreicher ist, als die Art und Weise, wie der Hersteller den Verbraucher damit manipuliert. Und das ist eigentlich die Essenz unserer 4000 Seiten. Und hier ist der Punkt, wo Sie jetzt reinkommen. Ich weiß jeder, der am Tag, wo das Smartphone ankommt, sind Leute beschäftigt, sie löschen Apps. Und wer ist Samsung Galaxy? Wer nutzt dann Bixby? Wir tun neue Apps hinzu, wir verändern die Einstellungen und wir bauen Inhalte auf. Und so spiegelt dann das Smartphone die Einzelpersonen und die Beziehungen wieder. Und ein globales, komparatives Projekt zeigt dann, wie das alles kulturelle Werte widerspiegelt. Ein Telefon in Turkey zeigt, wie die kürtische Gesellschaft um Clams oder Verwandtschaft herum organisiert ist. Und ein Smartphone in Südindien spiegelt wieder, wie Männer versuchen, die Sexualität der Frauen zu kontrollieren. Und ein Beispiel sind zwei Bücher meiner Kollegin Jiang Yuan Wang. Das erste Buch heißt Soziale Medien und Industrielles China. Jiang Yuan lebte während ihrer Forschung in einer Fabrik. Und diese Fabrik spiegelte 250 Millionen Menschen wieder, die aus ländlichen Gebieten in China in das Fabriksystem migrierten. Ihr Buch zeigte, wie die gleichzeitige Migration von der Offline-Welt in die Online-Welt mehr dazu beitrug, diese Menschen dahin zu bringen, in die chinesische Modernität zu bringen, als tatsächlich der physische Wegbewegung vom Dorf in die Fabrik. Und im zweiten Buch, nämlich Smartphones und Alter werden im urbanen China, da hat sie sich mit der Mittelklasse in Shanghai auseinandergesetzt. Das Buch zeigte, wie man die Smartphone-Revolution nicht verstehen kann, wie sich das für ältere Leute ausübt. Denn die kulturelle Revolution hat Haltungen entwickelt, die auch sich im Smartphone widerspiegeln. Unser zweites Projekt hieß Anthropologie des Smartphones und des intelligenten Alterns. Damit wollten wir dem Umstand entgegenwirken, dass wir in der Vergangenheit diese neuen Technologien mit jungen Menschen in Verbandung gebracht haben. Wir gehen davon aus, dass sie diejenigen sind, die sie sich furchtlos aneignen und für sich nutzen, während die älteren Menschen als relativ passiv und eingeschüchtert von neuen Technologien wie dem Smartphone angesehen werden. Nun, in China trifft das weniger zu, da sich die Älteren mit dem Ideal der Regierung identifizieren, die neuen Technologien, die neuen digitalen Technologien zu nutzen, um China wieder an die Spitze der Nation zu bringen. So könnte man, also so ging ich Xinjiang in einem Restaurant und traf auf junge Leute, die sich bei ihren Großeltern beschwerten. Oma, wir haben dich hier zum Familienessen eingeladen, aber du verbringst die ganze Zeit mit deinem Telefon, anstatt mit uns zu sprechen. Um noch ein vergleichendes Beispiel zu liefern, was posten die Leute eigentlich, wenn sie Mutter werden? Nun, in England haben wir Folgendes herausgefunden und es handelt sich jetzt um Facebook. Normalerweise ersetzen sie sich selbst durch das neue Kind. Das sind jetzt eine Reihe von Profilbildern von Facebook, und offensichtlich gehört hier Facebook nicht dem Baby, sondern das ist das Profil der Mutter und die Mutter ist aus dem eigenen Profil verschwunden. Sie hat sich selbst durch das Baby ersetzt und das ist in England sehr üblich. Nun, was posten eigentlich Mütter aus Trinidad, wenn sie Mutter werden? Sie posten Bilder, auf denen zu lesen ist, Ja, ich bin Mutter geworden, aber glaub bloß nicht, dass ich weniger glamourös bin, als ich es vor der Mutterschaft war. Also kompletter Unterschied. Und vielleicht wird Ihnen jetzt klar, warum unser zusammenfassender Band nicht wie soziale Medien die Welt veränderten hieß, sondern wie die Welt die sozialen Medien veränderte. Übrigens können alle unsere Bücher kostenlos bei UCL Press heruntergeladen werden, wo sie bereits mehr als eine Million Mal heruntergeladen worden sind. Für ältere Menschen gibt es vor allem einen Bereich, der im Vergleich zu jüngeren Menschen wirklich wichtig ist und das ist die Gesundheit. Ja, nicht aus freien Stücken, sondern weil wir mit zunehmendem Alter einfach mit verschiedenen Dingen zurechtkommen müssen und uns damit auseinandersetzen müssen. Die Unternehmen wissen oder stehen ständig im Wettbewerb miteinander, um neue Apps zu entwickeln. Und sie wissen also, dass sie in diesem Bereich sehr viel Geld verdienen können. Und das in allen Ländern. Also meistens ist es so, dass wir als Anthropologen nie ganz verallgemeinern. Aber was uns auffiel, war die Art und Weise, wie ältere Menschen die Apps, die von diesen Unternehmen zu ihrem Nutzen produziert werden, ablehnten und sich ihnen widersetzten. Denn im Allgemeinen wollen sie nicht, dass es zu einer Verbreitung dieser Apps kommt. Nun könnte man meinen, dass dies bedeutet, dass sie die Telefone weniger für die Gesundheit nutzen würden, als wir erwartet hätten. Aber tatsächlich nutzten sie sie mehr für ihre Gesundheit, als wir erwartet hätten. Und das können wir durch eine andere Beobachtung erklären. Die meisten älteren Menschen wollten bei den Apps bleiben, mit denen sie vertraut waren und mit denen sie sich wohlfühlten. Apps wie zum Beispiel Line in Japan, WeChat in China oder WhatsApp in den anderen Ländern der Welt. Bei näherer Betrachtung fiel uns auf, dass ältere Menschen tatsächlich sehr kreativ und erfinderisch geworden sind, wenn es darum geht, Apps, die ursprünglich nicht für Gesundheitszwecke konzipiert worden waren, in Gesundheits-Apps zu verwandeln. Eine der wichtigsten Gesundheits-Apps heutzutage ist WhatsApp. Auf unserer Website haben wir ein 140-seitiges Handbuch darüber veröffentlicht, wie die Menschen in Brasilien WhatsApp für die Gesundheit einsetzen. Aber nichts davon spiegelte unsere Ideen wieder. Es basiert auf dem, was die Ethnografin Marilia Duque beobachtet hat, wie Menschen WhatsApp nutzen, um Gesundheitsinformationen abzurufen oder weiterzugeben, Ernährung zu visualisieren, sich mit den Gesundheitsbehörden und Versicherungen auszutauschen. Und das gilt für Mediziner und Patienten gleichermaßen. In einer ähnlichen Studie arbeitete Alfonso Artigui in einer Klinik für Chemotherapie in Santiago de Chile an demselben Thema. Während sich die meisten Menschen auf Ärzte und Patienten normalerweise konzentrieren, konnte er erkennen, dass der Schlüssel zur Klinik die oft übersehene Gruppe von Krankenpflegern war, die er als Navigatoren bezeichnete. Sie waren es, die ganz schnell das Potenzial von WhatsApp erkannten, um ihre Arbeit einfacher und effizienter zu gestalten. Auch hier neigen wir dazu, ältere Menschen als passive Empfänger neuer digitaler Technologien zu betrachten. Aber wenn es darum geht, dass es ihnen etwas wirklich wichtig ist, wie zum Beispiel die Gesundheit, sind sie oft diejenigen, die das Smartphone in Gesundheitstelefone verwandeln. In Irland zum Beispiel wird das Smartphone verwendet, um Rechnungen zu fotografieren und diese zu nutzen. Und im Allgemeinen fand man dort Lösungen im Internet, um gewisse Dinge zu umgehen und um leichter mit den Krankenversicherungen zurechtzukommen. Also all dies hat uns dazu veranlasst, mit einem Ausdruck der Anthropologin Katrin Piepe die Idee, das Smartphone Below zu entwickeln. Die Idee, diese Idee zu entwickeln. Wir sind die Menschen, die das Smartphone in Bezug auf seine Fähigkeit im Laufe des Tages auf hundert verschiedene Arten eingesetzen und intelligent machen. Und ich gebe auch zu, dass es hier immer noch eine große digitale Kluft gibt. Es gibt diejenigen, die sich das Telefon gar nicht erst leisten können und viele ältere Menschen, die weder das Vertrauen noch das Wissen haben, Smartphones auf diese kreative Art und Weise zu nutzen und das für sich umzufunktionieren. Selbst in den einkommensschwächsten Gebieten, in denen wir gearbeitet haben, gibt es laut Charlotte Hawkins Studie in den Hausbesetzersiedlungen von Kampala in Uganda ähnliche Möglichkeiten. Auch dort hatten wir Beweise für den Smartphone Below, also Smartphone Unten Ansatz gefunden. In diesem Fall ist der Schlüssel zur Nutzung des Mobiltelefons das mobile Geld, da diese Menschen nur begrenzten Zugang zu Banken haben. Bei diesem Armutsniveau ist jede Art von Krankheit eine finanzielle Krise, jede Art von Krankheit eine Krise, da man kein Geld hat, um einen Arzt aufzusuchen und Medikamente zu bezahlen. So ist das mobile Geld zu einem Mittel geworden, mit dem die jüngeren Menschen in Kampala ihren älteren Verwandten in den Dörfern Geld schicken, wenn sie krank werden. Nun kommen wir zum Ende. Smart from below. Dieser Satz ist also eine Art und Weise, in der wir die Behauptung aufstellen, dass Sie es sind, die das Smart in das Smartphone bringen. Am Beginn sprach ich über eine Diskussion, über eine konservative Tradition innerhalb der Philosophie. Aber es gibt sehr viele Philosophen und ich möchte noch ein ganz anderes Beispiel, ebenfalls aus Deutschland, liefern. Vorhin habe ich angedeutet, dass der Gedanke, dass wir uns heute eher auf Bildschirme als auf Menschen konzentrieren, einen Begriff wie Objektivierung hervorruft. Ein Begriff, den wir meistens auf Karl Marx oder ihm zuschreiben und die negativen Auswirkungen des Kapitalismus zurückführen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich die englischen und nicht die deutschen Begriffe gut kenne, aber Marx konzentrierte sich auf die Konzepte wie Entfremdung, Verdinglichung und Fetischismus als Beispiele für Objektivierung. Nichts davon klingt sehr positiv und sie haben sicherlich Philosophen wie Adorno beeinflusst. Aber ursprünglich hat Marx diese Idee der Objektifizierung, Verdinglichung von dem Philosophen Hegel übernommen und Hegel hat diese Begriffe verwendet, um ein ganz anderes Szenario darzustellen. Hegel betrachtete die Verdinglichung als einen Prozess, der es uns erlaubt, diejenigen zu werden, die wir sind. Dieser Prozess beginnt in der Regel mit einer Art Selbstentfremdung. Zum Beispiel das Gefühl, dass wir uns eher in Bildschirmen als in Menschen verlieren können. Aber die Menschheit hat die Fähigkeit, die Selbstentfremdung in einem Prozess zu überwinden, den er als Supplation bezeichnet. Ich glaube, auf Deutsch nennt sich das eher Aufhebung. Wir erkennen, dass diese Bildschirme von uns geschaffen wurden und dazu dienen, uns mit noch mehr Menschen zu verbinden. Anstatt zu untersuchen, wie Menschen Objekte benutzen, haben wir einen dialektischen Prozess angestoßen, der sowohl die Menschen als auch die Objekte verändert. Eine Person mit einem Smartphone ist eine andere Art von Mensch mit zusätzlichen Fähigkeiten. Sie sind wahrscheinlich eher in Kontakt mit ihren Familienmitgliedern. Vielleicht haben sie eine außereheliche Affäre, die sie sonst nicht gehabt hätten, weil sie sich heimlich verbinden können. Oder weil sie vielleicht sonst erwischt worden wären bei der Affäre. Ich habe einen Kurzfilm über einen Iren in seinen 70ern gedreht. Und er hat sich quasi eine virtuelle Brille besorgt und damit reiste er durch die Rocky Mountains oder besuchte Märkte in Südafrika und konnte mit der virtuellen Realität auch eine Raumstation besuchen, einen Ort, an den er definitiv nie gekommen wäre ohne diese Brille. Ein junger Mensch verbringt vor dem Schlafengehen vielleicht eine Stunde auf TikTok oder Instagram und sieht dort so viele Dinge, die er sonst nie gesehen hätte. Einige, die offline existieren, wie Meerestiere, seltsame Katzen oder die abgelegene Mongolei oder Dinge, die durch die Animation oder ähnliche Technologien geschaffen wurden. Diese Menschen existieren oder haben Zugang zu einer Existenz auf eine Art und Weise, die sie sonst nicht gehabt hätten. Das Smartphone ist Teil eines Prozesses der Objektivierung, aber einer, der die Menschen stärker macht, als sie es in der Vergangenheit waren. Anstatt mich jetzt hier in der Terminologie der Philosophen zu verzetteln, werde ich dieses Argument anhand eines Ansatzes noch einmal wiederholen, den ich zusammen mit Jolina Sinner in meinem Buch über die Auswirkungen der Webcam entwickelt habe. Das Problem, das wir zu lösen versuchen, ist das Folgende. Also jedes Mal, wenn wir hier mit neuen Technologien konfrontiert sind, wie zum Beispiel Smartphones, KI, Chat, GPT, da gibt es zwei Arten von Reaktionen. Die erste Reaktion ist dann oft, dass es das Ergebnis eines Verlustes unserer grundlegenden Menschlichkeit sei. In der Vergangenheit waren wir echte Menschen, aber jetzt haben die digitalen Medien einen Teil dieser Menschlichkeit durch die Maschine ersetzt. Oder es gibt hier die Vorstellung, dass wir quasi immer egoistischer werden, wie der Begriff Selfie vermuten lässt. Oder wir haben hier jene japanischen jungen Männer, die sich nur noch mit virtuellen Frauen verabreden und sich nicht trauen, nach draußen zu gehen. Oder die Wissenschaftlerin Sherry Turkle, die ist der Meinung, dass Fernsehen, das ja etwas eher Passives ist, noch menschlicher sei als das Internet. Also denken Sie über all diese Theorien nach. Die Kritik ist ja hier fast ausnahmslos nostalgisch angehaucht. Und die andere Reaktion ist etwas gedämpfter, aber fast unvermeidlich. Das ist die Behauptung, dass wir jetzt irgendwie menschlicher geworden sind. Wir sind sozusagen transhuman, posthuman oder irgendwas anderes jenseits der Menschlichkeit, weil wir jetzt eine Kombination aus Mensch und Maschine sind. Ja, also jedes Mal, wenn wir eine neue Technologie einführen, erhalten wir diese zwei Antworten. Um ehrlich zu sagen, ist das ein bisschen repetitiv oder wenn nicht sogar langweilig. Ja, vielleicht kommen wir wieder auf das Problem zurück, nämlich den Begriff Mensch. Was bedeutet dieses Wort? Ich habe den Eindruck, dass wir eine recht konservative Definition des Menschen haben. Ein menschliches Wesen ist das, was die Menschen bis jetzt waren. Aber die Dinge haben sich ständig geändert in der Vergangenheit. Also der Mensch als Spezie konnte nicht fliegen, dann haben wir Flugzeuge erfunden, um eine Spezie zu werden, die fliegen kann. In unserem Buch haben wir eine Alternative vorgeschlagen, die als Theorie der Verwirklichung bezeichnet werden kann, weil wir davon ausgehen, dass jede neue Erfindung quasi Fähigkeiten dem Menschen hinzufügt, die er derzeit noch nicht hat. Eine bessere Definition dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, wäre nicht nur das, was wir in der Vergangenheit waren, sondern vielleicht auch all das, was wir in der Zukunft sein könnten oder sein werden. Nun, in einer etwas einfacheren Sprache würde dies eher der Art und Weise entsprechen, wie Hegel diese Verdinglichung verstanden hat. Wir sehen die Dinge zunächst als fremd und entgegengesetzt an, aber dann erkennen wir, dass diese Dinge eigentlich geschaffen wurden oder eine Entwicklung dessen darstellen, was wir und wer wir eigentlich sind. Und wir wurden immer durch die Entwicklung des Rechts der Religion und der Kunst und der Philosophie verändert. Hegel sah sich selbst sicherlich als Veränderung der Menschheit. Sie können jetzt annehmen, dass ich eine sehr positive Einstellung zur neuen Technologie habe und ja, das stimmt. Und sicherlich versuche ich hier ein Gleichgewicht zu schaffen mit der schonungslosen Kritik, die es gibt. Aber das ist wirklich nicht der Hauptpunkt, den ich hier in Betrachtung des Menschseins zu erreichen hoffe. Mir geht es in erster Linie darum, ein Urteil zu fällen, ob Smartphones, oder mir geht es nicht darum, ob die Smartphones gut oder schlecht sind, sondern vielmehr darum, anhand von Beweisen zu sagen, was sie tatsächlich sind und was sie tun. Ich möchte mich darauf konzentrieren, wie die Menschen das Smart in das Smartphone gebracht haben. Nun, meine Argumente, die ich hier jetzt geliefert habe, ist, dass das Smartphone letztendlich alles Negative, das ein Mensch ausmacht oder oder sein kann, noch verstärken kann. Zum Beispiel, wenn jemand Spielsucht hat, dann wird das nochmal verstärkt durch das Smartphone. Wenn Menschen in Kriege verwickelt sind, wie wir zum Beispiel in der Ukraine, Russland sehen, dann kann sich dieser Krieg schnell in ein drohengestütztes Schlachtfeld entwickeln, das oft über Smartphones gesteuert wird. Der chinesische Staat war schon immer beeindruckend autoritär. Denken Sie nur an die Feudalzeit, an die Kulturrevolution. Heute ist China ein Überwachungsstaat wie kaum ein anderer und oft setzt er diese Technologien an und denken Sie nur zurück an die Vergangenheit, noch vor dem Smartphone. Also, was ich eigentlich sagen möchte, ja, es gibt hier sehr viel Positives und wir neigen dazu, einen eher nostalgischen und übermäßig positive Idealisierung einer eher erfundenen Vergangenheit zu entwickeln und die wir heute dank der neuen Technologie oft als verloren betrachten. Ich bin Anthropologe und was ich heute Abend getan habe, ist charakteristisch für die Anthropologie als Disziplin. Im Gegensatz zu anderen Disziplinen sind wir weniger an Aktivitäten wie dem Testen von Hypothesen interessiert. Wir sind eher akademische Extremisten. Ein Extrem sehen wir in einem kleinen Detail unseres alltäglichen Lebens. Monat für Monat haben wir dann in einer bestimmten Gemeinschaft verbracht und mein neues Buch The Good Enough Life befasst sich damit, wie Menschen ihre Hunde halten, wie sie ihren Urlaub verbringen, wie sie Bridge spielen, Sport treiben, wie es ist, Großeltern zu sein. Das ist alles sehr provinziell. In meinem Fall geht es um eine kleine Stadt in Irland, ganz anders als bei den großen Studien in Kampala oder in Milan, Italien. Dennoch nutzen wir diese kleinen Details und unsere daraus folgenden Vergleiche, um zu versuchen, die anderen Extreme zu diskutieren oder das andere Extrem zu diskutieren. Die allgemeine Idee darüber, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein, in diesem Fall durch die Eröffnung einer Diskussion mit der westlichen Philosophie. Aber genau diese Art von Extremismus ermöglicht es uns, eine Antwort auf diese Frage zu finden, wer das Smart eigentlich in das Smartphone gepackt hat. Denn wir sehen oder studieren nie etwas, das Smartphone genannt wird, auf abstrakte Art und Weise. Es ist immer ein bestimmtes Smartphone, das von einem Individuum oder einer Familie benutzt wird. um was zu tun wie zum Beispiel Spiele spielen, einen Partner finden, etwas zu kaufen, irgendwo hinzufahren, was nachzuschlagen. Wir können einfach nicht umhin zu sehen, wer das Smart in das Smartphone gesteckt hat. Denn wenn wir durch die Bildschirme des Smartphones schauen oder die Bildschirme anschauen, werden wir letztendlich immer sie sehen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Daniel, für diesen wirklich engagierten Vortrag und diesen schnellen Vortrag. Aber es hat natürlich auch mit der Akustik hier zu tun. Es ist wie in der Kirche hier. Das fühlt sich an wie in einer Kathedrale. Vor allem, wenn man hinter den Lautsprechern steht, dann hört man noch mehr davon. Dann ist der Ton noch großartiger, als man es vorher schon hörte. Also da wir ja jetzt in einer Art Kirche sind, müssen wir jetzt über Schuld sprechen und Schuldzuweisung und sich schuldig fühlen. Ich glaube, so ein bisschen haben sie ja so angefangen, als sie mit den Deutschen, als sie über die deutschen Philosophen gesprochen ist. Es ist so ein bisschen wie eine Draufsicht. Wäre es fair, den Anfang ihres Vortrags zusammenzufassen, indem man sagt, dass sie zumindest Kant und Adorno mit den Loditen verglichen haben, den Maschinenstürmern, die nämlich sagten, verbrennt die Webmaschine, verbrennt das Smartphone. Ich glaube nicht, dass ich mich da wirklich intensiv mit der Philosophie dieser Philosophen befassen muss. Wenn man die Essays von Heidecker liest, wenn man Adorno über die neuen Massenmedien liest usw. Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, dass man negativere Sicht haben kann. Sie haben das verflucht. Und sie sehen das unter moralischen Gesichtspunkten sehr sogar. Ich denke, es ist einfach nur zu klar in vielen Philosophien, dass es dort sehr konservativ zugeht und insbesondere konservativ über die neuen Technologien. Das war dieser Witz über TikTok. Also ich glaube, TikTok, es gibt es ja. Es ist offensichtlich, dass es das gibt. Aber was ich in dem Vortrag gesagt habe, und das war vielleicht ein bisschen anders, was ich auch gesagt habe, ist, dass es natürlich Folgen hat, Konsequenzen. Also wir schauen auch auf zu den Philosophen, wir haben sie auf ein Podest gestellt, wir hören ihnen zu. Und sie haben diese moralische Rede, diesen moralischen Diskurs auf einer anderen Ebene, dass wir auf einer anderen Ebene auch unterstützen und dem zustimmen. Also die Antwort ist ja. Also vielleicht überbewerten wir den Einfluss von Adorno. Vielleicht war das gültig für eine ganze Zeit, insbesondere in Deutschland, auch in der Popkultur. Das ist mein Bereich. Adorno hat dort sehr viel Schaden angerichtet, aber man muss sich auch angucken, wo er herkommt. Ich denke, als Teil einer deutschen Kriegsmaschine und dann Teil einer anderen Kriegsmaschine, da hat er sehr viel sagen können, Gutes sagen können oder Nützliches sagen können über Radio. Das war damals nicht die, naja, könnte man natürlich anklagen für den Aufstieg des Faschismus. Ich glaube, es gab einen interessanten Zusatz in dem Buch The Global Smartphone. Zum Beginn haben sie ja gesagt, wir wissen, dass wir keine Kenntnisse haben über wichtige externe Effekte, wie zum Beispiel die Umweltauswirkungen, Arbeitsausbeutung und die Untersuchung entsprechender wichtiger Unternehmen. Und da könnt ihr vielleicht noch hinzufügen, wir haben auch noch nicht ausreichend Beweis darüber, wie das Smartphone sich auf die öffentliche Domäne auswirkt. Also Technologien können schädlich sein, sie können all das Böse tun, das kann man nicht ausschließen. Und natürlich können Technologien auch sehr nützlich sein. Also wenn wir über externe Effekte sprechen, warum nutze ich diesen Begriff in meinem Buch? Ich nutze diesen Begriff in meinem Buch, denn man kann sehr viel damit machen, aber nicht alles mit dem Smartphone. Und es gibt natürlich sehr viel Literatur und auch gute Literatur von Anthropologen zum Thema digitale Arbeit, die wir nicht sehen, nämlich zum Beispiel Call Center in Indien, Ausbeutung in Afrika und so weiter. Da gibt es Literatur auch über die Umweltauswirkungen, Literatur über die Überwachung. Diese Literatur gibt es. Also man muss seine eigene Arbeit in diesen Kontext stellen. Und was ich hier sagen möchte ist, ich verleugne das nicht, ich möchte auch diese Literatur, diese Forschung nicht abwerten, aber ich möchte sagen, muss man nicht auch die Auswirkungen auf normale Menschen untersuchen, wie man das im täglichen Leben sieht. Und das findet sich in dieser Literatur nicht wieder. Ich nutze das Wort Balance. Man muss einen Ausgleich haben, finden. Und wir haben dieses Gesamtbild angeschaut und wir haben danach geguckt, was fehlt, was da nicht vorhanden ist in dieser Diskussion oder in dieser Debatte. Und wir können das machen, denn niemand anders kann das. Und unsere Arbeit besteht darin, eben diese Wissenschaft und diese Beweise zu liefern. Wir verstehen die tägliche Nutzung. Also um die tägliche Nutzung der Smartphones zu verstehen, muss man bei den Leuten sein, man muss sie beobachten. Das heißt, wir haben nicht alles studiert im Zusammenhang mit digitaler Technologie. Wir ergänzen vielmehr das, was andere schon erforscht haben. Und diese Studien, diese anderen Studien haben aus verschiedenen Gründen negativere Ansichten. Sie untersuchen mehr das, was Druck auf uns ausübt, negativ für uns ist, während wir mehr untersucht haben, was wir damit machen können, was kreativ darin ist. Jetzt zum kreativen Teil. Sie haben die Begriffe Neuumnutzung, Umdefinierung und so weiter genutzt. Jetzt können Sie uns detaillierter erläutern, was das bedeutet. Denn ein Problem, was wir heute mit Apps haben und die EU versucht dagegen zu arbeiten, nämlich, dass es sehr schwierig ist, von einer App zu einer anderen zu wechseln, also Daten zu migrieren, von einer App zu einer anderen. Wir haben jetzt bei älteren Menschen gesehen, insbesondere bei Gesundheits-Apps, da definieren sie die Nutzung um. Wie machen Sie das ganz genau? Also die Nutzung, wie nutzen Sie eine App anders? Also was ich sagen wollte ist, viel der Nutzung, die wir gesehen haben, ist eine Nutzung, die nicht vorher gesehen war von den Menschen, die diese App geschaffen werden. Das ist diese Umnutzung, dieser anderweitige Einsatz. Sie nutzen also eh weniger die Apps, die tatsächlich als Gesundheits-Apps designt worden sind, als Beispiel. Ein Beispiel habe ich ja schon genannt. Also einer aus meinem Team hat untersucht, wie Ernährungswissenschaftler mit Diäten arbeiten. Also ein Ernährungswissenschaftler wollte ein sichtbares Tagebuch haben. Wenn also jemand sieht, was jemand den ganzen Tag isst, dann ist es besser als ein Tagebuch. Also ein Visionär, ein Bildertagebuch, also sollte geschaffen werden. Aber was die Menschen gemacht haben, war, dass sie alle möglichen Aspekte von WhatsApp gesehen haben, also zusammen gefunden haben, zusammen mit dem Foto, mit der Fotofunktion von WhatsApp, dass sie festgestellt haben, dass sie das genauso nutzen konnten, wie die Gesundheits-App. Also sie haben festgestellt, dass sie für diese Zwecke auch WhatsApp nutzen konnten. Also das Ziel von WhatsApp war nicht, hier ein Bildertagebuch für Ernährungswissenschaftler zu erzeugen. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel für diese Kreativität, die die Menschen nutzen oder anwenden, wenn sie die Apps verwenden, mit denen sie sich wohlfühlen und mit denen sie dann genau die Dinge machen, wie sie auch mit anderen Dingen hätten machen können, die für diesen Zweck geschaffen worden sind. Ich denke, meine Mutter hat das Gefühl, dass WhatsApp die eigentliche einzige App ist, die es gibt. Also in Portugal heißt das Smartphone Sappi-Sappi, also sie sagen, das ist mein Sappi-Sappi-Handy. In Japan sagen die Menschen, das ist eine Internetmaschine. Das ist der einzige Zweck, den sie dafür haben. Und noch ein konkretes Beispiel aus der Forschung ihres Teams. Einige ihrer Mitarbeiter sind ja hier, das haben sie auch schon genannt. Also nochmal herzlich willkommen auch an die Mitglieder ihres Teams. Also eine Frage älteren Menschen in der Feldstudie in China, die identifizieren sich, sie sehen es als eine Pflicht, eine ihrer Pflicht als Bürger, technologischen Fortschritt voranzutreiben. Also das ist ziemlich im Kontrast zu dem technologischen Konservatismus älterer Menschen woanders. Sehen Sie hier Konsequenzen auch für Europa oder sehen Sie da Unterschiede oder sehen Sie, dass da Ähnlichkeiten sind, dass ältere Menschen skeptischer sind bei der Nutzung von Smartphones und neuer Technologie? Oder sind Sie einfach vorsichtig in Bezug auf Data Mining? Sehen Sie da Unterschiede oder Ähnlichkeiten? Ich habe ja schon ein Beispiel genannt, das ist das Dramatische, das ist Deutlichste, nämlich die Möglichkeit, dass ältere Menschen sich hiermit identifizieren. Wie zum Beispiel, dass sie sich identifizieren mit dem Projekt China an sich. Also die Menschen in China möchten, dass China das modernste Land der Welt ist und dass sie es als Bürgerpflicht sehen, da zu liefern. Und ich kenne keine Ähnlichkeit woanders. Also der Unterschied zwischen Brasilien und Irland werden geringer sein, feiner sein, aber sie werden die Unterschiede widerspiegeln, die Menschen generell haben bei ihren Wünschen, wenn sie älter werden. Also Brasilien und Irland, das ist da deutlich ähnlicher. Wir arbeiten sehr viel mit pensionierten Menschen. In Brasilien, also Sao Paulo, Sao Paulo ist anders als der Rest von Brasilien, in Sao Paulo machen sich die Sorgen, die Menschen sorgen darüber, dass sie ihre Identität bewahren, die sie zu Zeiten ihres Arbeitslebens hatten. Also sie werden diese Laufbahn, dieses hier weiter, dieses Selbstbild weiter behalten und sagen, das weiterhin betonen. In Irland sagen die Leute, Arbeitsleben ist vorbei und sie identifizieren sich nicht mehr damit. Das heißt, sie sind so beschäftigt beschäftigt damit Schach und Malen und Geschichtswissenschaften durchzuführen und auszuprobieren und sie nutzen das Smartphone, um sich selbst zu organisieren. Also das Leben selbst ist sozusagen das Kunsthandwerk geworden und sie sagen, ich möchte all diese tausend Dinge machen und es wäre schon sehr schwierig, all das zu organisieren ohne ein Smartphone. Also sehr unterschiedliche Nutzungen eines Smartphones, nämlich weil sie unterschiedliche Wünsche und Ziele für ihren dritten Lebensschnappchen haben und das hängt wirklich davon ab, wo man ist. Sao Paulo ist sehr anders. Das ist ein Ort, der sich über Arbeit identifiziert. Das wäre etwas anders als in Rio zum Beispiel. Das hängt sehr von allem ab, wo man ist. Gibt es Unterschiede zwischen Irland und England? Ja, gigantisch. Geben Sie uns nochmal ein anderes Ergebnis. Der wirkliche Unterschied zwischen Irland und England besteht darin, also diese Länder sind wirklich sehr gegensätzlich, abgesehen davon. Als ich dieses Projekt über Social Media gemacht habe, habe ich von daher 16 Monate in England verbracht, in einem Dorf, das genauso groß war wie dieser Ort in Irland. Also von daher kann ich das ja vergleichen. Das Problem in England ist, dass man dort wirklich einen großen Anstieg bei Isolierung und Einsamkeit hat. Englische Menschen, insbesondere aus der Arbeiterklasse, haben eine starke Vorstellung davon, wo man sich gesellig aufhält. Also das eigene Heim ist sozusagen das Schloss, my home is my castle. Das heißt, man geht nicht in die Öffentlichkeit. Und wenn man älter wird, dann wird das schwieriger. Und dann werden die Menschen oft sehr isoliert. Und ein großer Teil meiner Arbeit in England befasste sich damit. Das habe ich in Irland überhaupt nicht gefunden. Da gibt es diese kulturelle Vorstellung davon nicht, wo man sich mit einer anderen Person aufhalten kann oder auch nicht. Und im Gegenteil, da gibt es eigentlich eher eine Zunahme an Geselligkeit in dieser Lebensphase. Und viele Leute, die man zu sich nach Hause einlädt und so weiter. Und da gab es dieses Thema Einsamkeit gar nicht. Das bestand dort nicht in diesem Ort. Also es gibt einen außerordentlichen Unterschied hier. Also es gibt einen Ort, wo das vorherrschende Problem war und vergleichsweise in Irland dazu einen Ort, wo dieses Problem gar nicht gab. Und das ist etwas, was Anthropologie untersucht. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, hier die Diskussion zu eröffnen. Ich hätte noch sehr viele andere Fragen. Und ich denke mal, dass Sie das wahrscheinlich auch haben. Ich denke, wir fangen jetzt mal an hier mit den Zuschauern vor Ort und dann gucken wir uns die Fragen auf Slido an. Ich werde hier so ein bisschen geblendet von dem Licht. Es gibt aber zwei Mikros und vielleicht könnten Sie uns zeigen, wo die Mikros sind. Ja. Also gibt es noch jemanden da hinten, der bereit wäre, hier das Mikro rumzureichen? Dort gab es ein Handzeichen. Herzlichen Dank. Das war eine beeindruckende Präsentation. Ich bin so beeindruckt von Ihrer Arbeit als Ethnograph und besonders der kulturübergreifende Aspekt. Das war so harte Arbeit. Das ist wirklich beeindruckend. Ich habe eine Frage. Ein Aspekt Ihrer kulturübergreifenden Arbeit ist der folgende. Sie waren in so vielen verschiedenen Ländern und dort gibt es so unterschiedliche politische Strukturen. In manchen Ländern ist das System repressiver als in anderen. Und ich würde gerne wissen, ob diese Art der Repression die Repression Auswirkungen auf den alltäglichen Gebrauch des Smartphones hatte. Gibt es da Unterschiede? Nun, die Antwort lautet wie folgt. In den meisten Alltagsbereichen des Lebens gab es keinen Unterschied. Nein. Denken wir mal über unser Smartphone nach. Wir buchen zum Beispiel ein Ticket für ein Konzert. Wir benutzen WhatsApp im Kontakt mit unserer Familie. Man hört einen Song. Also es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass es dort einen Unterschied gibt. Aber wenn wir uns nun mit dem Bereich Politik beschäftigen, dann gibt es natürlich einen großen Unterschied. Eine Studie beschäftigt sich mit den Kurden in der Türkei. Und die Lage der Kurden in der Türkei ist ja momentan recht schwierig. Und ein Aspekt im Bereich des Postens, Online-Postens, war nun das folgende Ergebnis. Nämlich, dass es da einen großen Unterschied gibt. Viele schauen sich ja die Politik zum Beispiel auf den sozialen Medien an. Und wir stellten fest, dass dort auf den sozialen Medien Politik weniger vertreten war, als wir gedacht hätten. Wir stellen fest, dass dort einfach nur durchgescrollt wird durch den Inhalt, durch den Content. Es gab recht wenig Politik-Contents. Und das lag jetzt nicht wirklich daran, dass wir hier einen autoritären Staat haben, der das vorgibt, sondern weil die Politik dort oft zu Zwist führt. Besonders bei den Familien. Deshalb wird das einfach nicht gepostet online. Und in diesen Familien dort, die wir da untersucht haben, stellten wir so fest, dass Politik dort weniger vorhanden und sichtbar war, als in anderen Ländern. Und die Antwort lautet also wie folgt. Das hängt von dem Content ab. Beim meisten Content konnten wir keinen Unterschied feststellen. Das hat ja immer mit den Familienbänden zu tun. Aber es gibt hier Content, wo wir große Unterschiede festgestellt haben, wie zum Beispiel bei der Bereich Politik. Leider hat die Fragestellerin kein Mikro benutzt. Die Dolmetscherin konnte die Frage nicht hören. Ich glaube, es ging um das Thema Überwachung bei Ihrer Frage. Nun, diese Debatte gibt es schon seit Anfang an. Und vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, während des arabischen Frühlings, da hieß es ja, ja, wir haben hier das Smartphone und wir können das als Mittel für die Befreiung nutzen. Wir können uns auf den Straßen mobilisieren. Wir können damit ganze Regierungen stürzen. Aber innerhalb eines Jahres gab es Autoren, die verschiedene Bücher geschrieben haben, darüber, wie die Regierungen soziale Medien benutzt haben, um ihre Bevölkerung zu unterdrücken. Also, es ging ja vorhin um China. Und da, bei China, da werden Sie ja ständig überwacht. Also, egal, in welchem Bereich Sie sich bewegen, man muss überall seinen Ausweis zeigen. Man wird also quasi ständig überwacht. Und diese Eigenschaft nimmt ja deutlich zu mit der Zeit. Also, Sie klingen ja jetzt wirklich wie ein ganz normaler Sprecher unserer Vortragsreihe. Nein, also, ich leugine ja nicht, dass es diese Art der Überwachung gibt. Gibt es noch eine Frage ganz hinten? Es tut mir leid, ich bin ein bisschen geblendet von dem Licht. Gibt es eine Frage ganz hinten? Wenn Sie eine Frage stellen möchten, bitte melden Sie sich jetzt. Verscheinbar nicht. Hier vorne gibt es eine Frage. Ich habe noch vergessen, Folgendes zu sagen. Können Sie sich bitte hinstellen? Dann können wir Sie alle besser sehen. Für die Techniker besser, für die Dolmetscher besser. Herzlichen Dank, Daniel, für diese Präsentation. Ich habe folgende Frage. Es gibt einen amerikanischen Autor, Newport, Carl Newport, und er ist ein Professor für Computerwissenschaften an der Georgetown und er hat ein Buch veröffentlicht und dieses Buch dreht sich um Minimalismus, digitalen Minimalismus und er spricht dort darüber, dass TikTok und auch andere soziale Medien entworfen wurden, damit Menschen süchtig nach diesen Apps oder sozialen Medien werden. Meine Frage ist jetzt also, basierend auf der Forschung und ob der Nutzen dieser Medien, der scheinbar keinen besonderen Zweck verfolgt, doch einen Zweck verfolgt. Ja, letztendlich ist es doch so, alles, was kommerziell entworfen wurde, wurde dafür entworfen, jetzt nicht wirklich süchtig zu machen, aber eine Nachfrage zu erzeugen nach diesem Produkt. Nehmen wir zum Beispiel den Fernseher. Fernseher wurden dafür entworfen, dass man stundenlang Fernsehen guckt. Es ist also die offensichtliche Wahrheit, also man würde kein Produkt auf den Markt bringen, wenn es nicht auch kommerziell nutzbar sein sollte, aber es gab ja immer eine Spekulation darüber, wie Algorithmen funktionieren, ob dieser Algorithmus quasi bei sozialen Medien noch effektiver sei. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum ich davon nicht wirklich überzeugt bin. Nun, erstens, ich glaube, der Grund, warum Menschen sich 40 Minuten lang Instagram-Reels angucken, ist, weil es eine Art oder warum es quasi auch süchtig macht, weil mir das wirklich gefällt, was ich in dem Reel sehe, dass da eine Katze spielt, dass ich da Unterwasserszenen verfolgen kann. Ich liebe also diesen Content, den ich da sehe. Der macht mir richtig Spaß. Ich glaube, dass das der Grund ist. Es ist doch toll, dass ich 40 Minuten damit verbringen kann, tolle Sachen anzuschauen, die ich normalerweise sonst nicht sehen würde. Und wenn das jetzt Sucht heißt, na dann, her damit. Ich glaube, mein Leben wird verbessert durch den Content, den ich mir da anschaue. Und die meisten, die ich kenne, die sich das anschauen, die schauen sich das wegen des Contents an. Wenn sie diesen Content nicht toll finden würden, würden sie sich das auch nicht anschauen. Man muss aber natürlich diese Sicht in eine Art Gleichgewicht bringen. Nun, es scheint also diese Annahme, dass es da diese unfassbar tolle Firma gibt, die das alles manipuliert. Nun, ich muss Folgendes dazu sagen. Oft wird ja Mark Zuckerberg genannt, dass er dafür sorgt, dass wir so süchtig werden. Aber ich schaue mir mal die Geschichte hinter diesem Unternehmen an. Mark Zuckerberg hat damals, als er noch an der Uni war, etwas entworfen, um fesche Mädels zu bewerten. Und er wollte, dass das nur in den Türen der Uni benutzt werden sollte. Aber dann wurde das immer populärer und das wurde auch noch in anderen Unis verwendet. Also es ist nicht so, dass Mark Zuckerberg hier einen Fehler gemacht hat oder irgendwie einen Fehler bei seiner Entwicklung des Produkts, sondern es geht ja auch um die Nutzung dieses Produkts. zum Beispiel die Menschen, die die Algorithmen entwickeln. Wenn sie schon mal selber in einem Unternehmen gearbeitet haben, dann wissen sie, dass da oft ganz schön viel Chaos herrscht. Ja, manchmal machen die alles richtig und man erlebt eine Art Verbindung. Und wenn wir zum Beispiel einen Algorithmus haben, der gut funktioniert, dann führt er ja dazu, dass er uns Zugang zu Content liefert, an dem wir auch interessiert sind. Denn wenn wir nicht interessiert wären, würden wir das Smartphone ja ausmachen. Also diese Idee, die da draußen rumherrscht, dass da irgendein großer Puppenspieler quasi uns süchtig macht und wir nur passiv sind und dass wir quasi in diese Sucht gezwungen werden, das halte ich nicht für richtig. Also Kapitalismus und Sucht ist noch ein abendfüllendes Thema, aber es gibt mir noch eine Frage, die mir hier gerade einfällt. Warum schauen wir uns auf Instagram was an, was uns nicht gefällt? Also ich glaube, viele schauen sich auch Sachen an, die sie gar nicht interessieren. Ich erinnere mich noch einer Doku über die Beatles von Peter Jackson und ich habe mir das angeguckt und dachte, Paul McCartney ist gar nicht mehr so spannend wie damals und dann wollte ich mir das weniger angucken. Ja, kann sein und dann machst du es doch aus, oder? Und dann wechselst du zu Dingen, die dich mehr interessieren und schaust dir die an, oder? Na klar, der Algorithmus macht nicht immer alles richtig, der spürt ja manchmal was in der Timeline, manche, das ist dasselbe wie mit Horrorfilmen, manche mögen es, manche nicht. Aber im Laufe der Zeit, wenn TikTok nicht meins ist, dann gehe ich zu den Reels auf Instagram. Also mir gefällt einfach nicht der Gedanke, dass wir gezwungen werden, Content anzuschauen, der uns nicht gefällt. Ich gucke mir nichts an, was mir nicht gefällt. Ich kann ja immer den Content wechseln. Ja, aber ich mache das schon. Meine Kinder, auch auf Slido gab es eine Frage. Sarah, kann Sie die Frage kurz zusammenfassen? Ja, natürlich. Ja, das ist jetzt eine Frage von unserem Online-Publikum. Wenn wir digitale Technologie einsetzen, gehen da nicht gewisse Dinge verloren, wie zum Beispiel bei Zoom, anstatt sich jetzt physisch zu treffen? Ja, na, das hängt ja vom Medium der Kommunikation ab. Ich glaube, man kann nie verallgemeinern, man kann nie sagen, ich bin jetzt pro-digital oder anti-digital. Nun, was geht verloren in der nicht-digitalen Kommunikation? Wenn wir uns mit den Studien zum Alltagsleben beschäftigen, dann stellt man Folgendes fest. In einer alltäglichen Begegnung werden wir häufig dominiert von der Etikette. In der englischen Kultur darf man nicht ins Fettnäpfchen treten. Da gibt es so viele verschiedene Zwänge, die von unserer Kultur geformt sind. Es gibt da immer so viele Etiketten Vorgaben, die überhaupt nicht natürlich sind. Das ist überhaupt nicht natürlich, gewisse Zwänge, die wir uns hier, denen wir uns ausgesetzt sehen in der alltäglichen Begegnung. Also nicht-digitale Begegnungen sind zum Beispiel unsere Art und Weise, wie wir mit unseren Familienmitgliedern sprechen, mit unseren Kollegen im Büro, mit unseren Freunden im Pub. Wir stellen also fest, es gibt immer einen kulturellen Code, den wir verfolgen. Und das sind auch oft kulturell bedingte Zwänge, denen wir uns ausgesetzt sehen. Und zum Beispiel ist es so, dass wir uns auf Instagram auch anders verhalten, als wir das auf YouTube tun würden oder auf einer anderen sozialen Plattform. Wir leben in einer Welt, wo es verschiedene Arten der Kommunikation gibt. Und heutzutage stellen wir fest, dass wir manchmal online sind, manchmal offline, manchmal fließen die Konversationen zwischen diesen beiden Medien Arten. Ich glaube nicht an Verallgemeinerung. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, die digitale Welt ist so und die nicht-digitale ist so. Die sind beide so komplex, so differenziert und ich habe ja noch nicht mal angefangen, über kulturelle Unterschiede zu sprechen. Gibt es auf Slido noch eine Frage? Ja, ich habe noch eine. Nun, wie wirkt sich die Klasse, die soziale Klasse auf ihre empirischen Ergebnisse aus. Ist das hier eine Bedrohung oder gucken wir uns die Gesellschaft an sich an, die Geschlechter, Ethnien, die soziale Klasse, dann sehen wir immer eine Analogie und wir stellen fest, wir alle sind ja als Menschen. Ich muss hier nochmal ein negatives Beispiel liefern, um das besser zu verdeutlichen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja, ich komme jetzt zum Schluss. und möchte Ihnen ein negatives Beispiel geben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür, wo digitale Medien die sozialen Klassen nochmal negativer verstärken. Nicht, dass es jetzt hier eine digitale Kluft gibt, aber ich habe mich zum Beispiel mit dem Googlen nach Gesundheitsinfos beschäftigt und da dachte ich, das müsste ja eigentlich zu einer Art Gleichberechtigung führen. Jeder hat den Zugang zu derselben Informationen und da sollten wir doch die Unterschiede der sozialen Klassen überwinden können. Aber das Gegenteil war der Fall. Warum? Diejenigen, die eine gute Erziehung oder eine gute Ausbildung genossen haben, zum Beispiel auf der Uni waren, die schauen dann bei Google nach und die können dann feststellen, welche Art von Gesundheitsinfo nützlich ist, zum Beispiel von welcher Behörde diese Info stammt. Die können also die Quelle bestimmen, können sich diese Info anschauen, analysieren und können sogar die wissenschaftlichen Papiere zu diesem Thema nachlesen und nachrecherchieren. Sie waren also bereits gut gebildet und wurden durch diese Art von Recherche noch gebildeter. Und jenigen, die diese Art von Ausbildung nicht genossen haben und nach einer gewissen Gesundheitsinfo gesucht haben bei Google, schauen sie sich oft das erste Ergebnis an. Und das erste Ergebnis bei Google ist meistens eine Verkaufsanzeige oder etwas, das bei ihnen Ängste auslöst, weil zum Beispiel da eine große Schlagzeile irgendwie wieder bei den Medien vorhanden war. Letztendlich ist es so, dass diejenigen, die schon vorher einen Vorteil hatten, noch ein größeres Vorteil hatten und diejenigen, die sich unsicher waren in Hinsicht auf die Information, die sie da bekamen, noch uninformierter waren und noch weniger Infos hatten. Und so zeigt sich, wie die digitalen Medien die sozialen Klassenunterschiede noch einmal verstärken. Und ich hoffe, dass wir uns dem Ganzen auch bewusst sind. Interessant in diesem Fall war, dass ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich dachte, dass es zu mehr Gleichberechtigung führen würde, aber das tat es gar nicht. Nun, der Schlüssel liegt immer in der Evidenz. Was zeigt uns eine Studie tatsächlich? Ich denke, dass was wir wirklich brauchen, ist, dass wir darüber hinaus gehen und dass wir wirklich langsame Patientenstudien durch, geduldige Studien durchführen, dass wir uns die Evidenz anschauen, dass die Menschen das beurteilen, sondern dass wir auf der Grundlage dann zur Schlussfolgerung kommen sollen. Und das ist das, was ich hier wirklich darstellen möchte. Ich versuche nochmal. Gibt es noch jemand im Hintergrund weiter hinten, der noch eine Frage stellen möchte? Ja, wir haben noch niemand von hinten gehört. Ja, von den hinteren Reihen haben wir noch niemand gehört. Ja, ich vielen Dank. Ich denke, das war sehr schön, diese positiven Rahmen, dieses positive Framing mal zu hören, denn Digitalisierung wird ja oft als etwas sehr Negatives angesehen. Aber ich möchte trotzdem noch etwas Negatives erwähnen, nämlich das sind dunkle Muster, Dark Patterns, wo die Software in einer bestimmten Art programmiert ist, die versucht, dass jemand ein bestimmtes Produkt kauft, also dass man dazu gebracht werden soll, indem man dadurch, dass die Software in bestimmte Art und Weise programmiert ist, durch diese Dark Patterns oder dunklen Mustern. Haben Sie das auch festgestellt bei Ihren Forschungen? Also natürlich ist es so, dass jedes Unternehmen, das dort auf dem Markt ist, versuchen wird, sie zu überzeugen, ihr Produkt zu kaufen und sie werden jede mögliche Technologie nutzen, die es gibt. Wir haben jetzt Jahrhunderte von Werbung hinter uns, psychologische Manipulation jeder Art. Hans Packard hat ja schon in den 50er-Jahren davon geschrieben, subtile Nachrichten, die man auf den ersten Blick nicht verstehen konnte, die aber dazu dienen sollten, jemanden zu überzeugen, etwas zu kaufen. Das ist Kapitalismus und ich hoffe, dass ich hier nicht zum Ausdruck gebracht habe, dass das durch das Digitale abgeschwächt wird. Im Gegenteil, die Wirtschaft wird jede Art von digitaler Technologie nutzen, die sie nur greifen kann dafür. Das ist ja plausibel. Und die Wirtschaft wird alles nutzen, was greifbar ist, um die Rentabilität zu erhöhen, um Produkte zu verkaufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt plötzlich erst passiert ist durch das Aufkommen des Digitalen. Das Digitale ist nur ein Wandel bei den Mitteln, mit denen das gemacht wird. Aber Unternehmen werden jetzt nicht weniger manipulativ und weniger laut sein, als sie es waren vor dem Digitalen. Also das ist halt Kapitalismus. Ich habe auch Bücher über Unternehmen und Kapitalismus geschrieben. Es ist ein sehr komplexes Phänomen und es gibt sehr viele Unternehmen, die auch Gutes machen wollen. Also die Sachen verkaufen wollen, weil sie denken, dass sie zu ihrem Wohl sind. Wir übergeneralisieren das Ganze, verallgemeinern das oft zu sehr. Und wie ich am Ende meines Vortrags gesagt habe, was immer passiert, wird verstärkt und durch die Nutzung digitaler Technologien. Also zum Beispiel Mobbing auf dem Spielplatz in der Schule, auf dem Schulhof. Ich sehe, wie das Digitale das Mobben verstärkt, aber auch wie es einschränkt, weil es dadurch sichtbarer wird. Es gibt Dinge, die mehr zur Ware werden und andere Dinge, die weniger zu Waren werden. Es gibt ganz viele Beispiele um es herum. Es ist nie das eine oder das andere. Und das, was mit dem Digitalen auf neue Art und Weise gemacht werden, sollen. Warum sollten wir die Geschichte vergessen? Warum sollten wir diese Vorstellung haben? Es ist ja nicht so, als ob es keine Werbung vor der digitalen Zeit gegeben hat. Da gab es ja auch Werbung. Sie haben jetzt die Lichter endlich für uns gedimmt und so sehen wir denke ich auch auf dem Video deutlich besser aus und ich glaube niemand wird dieses Video löschen. Jemand in der dritten Reihe? Vielleicht noch ein Thema, was wir noch nicht besprochen haben. Vielen Dank für diesen Vortrag. Meine Frage ist folgende. Die Würdigung der Technologie oder der Smartphone denken Sie, dass das anders gewesen wäre, wenn sie junge Leute oder Kinder untersucht hätten? Wenn sie untersucht hätten, wie Kinder oder Jugendliche oder ganz kleine Kinder das genutzt hätten, wäre das anders gewesen als bei älteren Menschen. Also jede Bevölkerungsgruppe, die sie studieren, Merkmale und jede Bevölkerung, jede Population, die sie untersuchen, führt zu der Diskussion über Vor- und Nachteile. Zum Beispiel Kinder. Aus früherer Arbeit ich gemacht habe, kann man sagen, dass Kinder empfänglicher sind für Werbung als ältere Menschen. Das haben wir so erforscht und es gibt mehr Möglichkeiten, Kinder durch Werbung zu beeinflussen. Und das gab es immer schon, das war immer schon so, aber das wird natürlich verstärkt durch das Digitale und das sehen wir. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, da gibt es Menschen wie Denna Beuth, die darüber geschrieben haben, die haben darüber geschrieben, was passiert ist, dabei, wie junge Menschen digitale Geräte nutzen. Also um es kurz zu fassen, zum Beispiel in Großbritannien. In den letzten Jahrzehnten war es so, dass Großbritannien jetzt statistisch gesehen sicherer ist als jemals zuvor. Also die Wahrscheinlichkeit, dass einem etwas passiert, wenn man zur Schule läuft, hat abgenommen. Das ist die Evidenz, aber die Vermutung der Eltern ist genau das Gegenteil. In den 50er und 60er Jahren liefen die Schüler zur Schule. Heute werden Eltern als nachlässige Eltern angesehen, wenn sie ihre Kinder zur Schule laufen lassen. Eltern kontrollieren die Aktivitäten der Kinder sehr viel, das heißt sehr viel mehr. Das heißt, die Kinder spielen nicht mehr auf der Straße miteinander, so wie sie es früher gemacht haben. Und was die Kinder stattdessen jetzt machen, ist, dass sie zu Hause sitzen und Minecraft spielen, und zwar am Telefon mit ihren Freunden. Das heißt, die Kinder nutzen diese technischen Spielzeuge, um die Geselligkeit mit ihren Gleichaltrigen wiederherzustellen, dafür die Bildschirme. Aber es waren doch erst die Eltern, die Kinder davon abgehalten haben, mit den anderen Kindern zu spielen. Das muss man also wirklich im Kontext sehen. Natürlich kann man Kontext auch finden, wo es Manipulation, Beeinflussung und so weiter gibt. Ich habe auch Mobbing angeschaut. Natürlich gibt es auch Probleme wie Selbstverletzung, Magersucht und so weiter und schlimme Dinge, die der Schule passieren und die auch mit dem Smartphone zu tun haben. Das war immer schon so. Ich könnte Geschichten erzählen über jüngere und ältere Menschen, problematische Geschichten und auch Geschichten, die zeigen, dass Kinder die Fähigkeiten haben, Fähigkeiten durch das Smartphone haben, von denen wir eigentlich möchten, dass sie das machen. Also, dass sie mit anderen Kindern spielen, das können sie jetzt über Minecraft machen. Ich mag es wirklich, dass du hier so rumläufst, denn wir werden gleich daran erinnert, dass wir das bald schon nicht mehr können. Daran erinnern uns diese beiden Kerle mit den großen Knochen hier. Es gibt, glaube ich, noch, Sie haben ja geredet über die Philosophen der Vergangenheit, es gibt das Verhältnis zum eigenen Körper, Essstörungen, wir haben über Best Agers gesprochen, über die Zunahme von Sport und so weiter und jetzt noch eine weitere kritische Position, typisch für Deutsche, also, ich bin noch nicht mal deutsch, aber ich liebe diese Negativität in diesem Land und das hat mich dazu angezogen, in dieses Land umzuziehen. Also, wenn wir uns das Gesamtbild anschauen, da, was ich rhetorisch sehr schön fand, war dieser Titel oder dieser Satz, wer hat das Smart in das Smartphone gebracht, das war ihr oder das warst du und 2007, da, Time Magazine hat ja immer die Person des Jahres und 2007 waren es alle, alle, die das Smart vernutzten und diese utopische Ideen, Ideen, da geht es ja immer um die Ermächtigung von Menschen, in den 90er Jahren war es, jeder sollte programmieren lernen, wir sollten alle mächtige Programmierer werden, dann gab es MP3, die Verteilung, dass jeder konnte sein eigener Künstler werden und so weiter, aber nichts davon ist wirklich Wirklichkeit geworden, dann gab es Krypto und NFT und nichts davon hat wirklich funktioniert oder sich durchgesetzt und ich würde das noch nicht mal als Ideologie bezeigen, all diese Wünsche, diese utopischen Ideen für die Zukunft haben nur dazu geführt, dass die Ungleichheit zugenommen hat. All diese utopischen Gedanken der letzten 30 Jahre hat zu mehr Ungleichheit geführt und nicht zu mehr Gleichheit und das hatte ich im Kopf als mit diesem Satz dass wir angeblich das Zentrum der technologischen Entwicklung sind das stimmt meiner Meinung nach nicht also Ungleichheit hat zugenommen und um ehrlich zu sein ich würde meine Erklärung ich würde das mit Piketty erklären mit der sich ändernden Wirtschaft und das auch mit Inflation zum Beispiel begründen oder Probleme der Regierung es gab sehr viele Gründe dafür zu verstehen wie die Ungleichheit in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat wir können Bücher lesen wie Piketty wäre ein guter Erklärer hier es geht um die politische Wirtschaft das sind das daran dahin muss man sich wenden um zu verstehen wie es zu dieser Ungleichheit kam Wohnungswesen Inflation und ähnliche Themen und sie erwähnten ja diesen Hype ich hoffe dass ich vermitteln konnte heute dass diese Bilder diese Vorstellung dessen was passieren kann im positiven wie im negativen dass die sich selten verwirklichen weder auf der einen noch auf der anderen Seite also dieses Ende der Menschheit oder diese Vorstellung dass wir mehr als Menschen sind ständig entwickeln wir diese Vorstellung immer wieder aber wir können nur sagen das wenigste davon hat sich bewahrheitet ob wir dadurch mehr egal ob wir dadurch mehr Gleichheit oder mehr Ungleichheit geschaffen haben was wir machen müssen ist folgendes wir müssen uns wegbewegen von diesen enormen über verallgemeinernden Diskussionen nämlich dass das digitale dies ist oder das ist dass es böse ist oder negativ ist das oder positiv das lehrt uns nichts es ist ein riesiges Feld und das ändert fast alles in unserem Alltag und was ich sagen möchte ist wenn wir über Bauern in Indien sprechen wenn wir über Fabrikarbeiter in China sprechen wenn wir über brasilianische Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sprechen wenn wir über ihr Familienleben dann muss man sich fragen sprechen wir über ihr Familienleben sprechen wir darüber wie sie sich auf die ihre Arbeit beziehen sprechen wir darüber wie sie über Sport denken oder schreiben das muss man untersuchen was wir brauchen ist nüchterne geduldige Einschätzung all dieser komplexen und kontextualisierten Fälle oder Situationen denn das ist die Welt ich bin nicht an dem Diskurs oder den Debatten interessiert ich bin nicht daran interessiert was sie sagen ich möchte wissen wie sie leben wie sie etwas erleben oder erfahren die Widersprüche vor denen sie stehen täglich in jedem kleinen Teil ihres Lebens und das möchte ich als Wissen zusammenführen so dass wir am Ende wirklich Material haben das wir nutzen können um diese Themen zu diskutieren und das war die eigentliche Absicht heute nämlich zu sagen ja geht zu den Leuten seid mit den Leuten und macht euch nicht so viel Sorgen über diese großen darüber schwebenden Diskurse denn die waren nie aussagekräftig und werden es wahrscheinlich nie sein also ich denke es ist wenig überraschend dass bei diesem engagierten Vortrag heute dass ich ein bisschen gelernt habe über die Dialektik der deutschen Philosophen vielen Dank dafür Daniel Miller Vielen Dank Vielen Dank.